Bindung ist ja superschlecht, ich konnte es nicht gesehen. Gar nichts. Nein, da muss ich lang! Genau da! Genau da muss ich lang! Shit! Ey, das gibt es doch jetzt nicht, oder? Ich kann noch oben lang. Was war das? Wer hat das Ding noch gemacht? Alles klar, Spiel! Sehr, sehr nett. Was zur Hölle? Hab ich gesehen? Ja. Nein, ja. Nein. Ja! Nein! Ja! Ja! Nein! Ja! Nein! Nein! Lass es wieder gehen. Geh mal nach da! Die nächste Irre! Nein? Nicht? Doch. Geh nach oben, geh nach oben, geh nach oben, geh nach oben, geh nach... Bitte nicht, da muss ich lang. Ich muss jetzt wirklich so eine Distraction aufbauen, oder so. Ich würde hier niemals ein Ende nehmen, ey. Ich würde hier niemals ein Ende nehmen, ey. Da muss ich lang! Da muss ich lang! Ich muss noch lang! Sorry, ich muss noch lang! Okay, ich darf lang? Ja, du kannst da... Buah! ... Jep! ist mein Dad bestimmt. Freddy? Ich dachte, wir sehen ihn erst nächste Nacht. Getäuscht. Was geht hier ab? Wie halte ich denn die Luft an? Da war kein Button. Schatellärtaste, scheinbar nicht. Eh? Ah, vielleicht eh. Möchtest du das nochmal machen? Muss ich alles neu machen? Oh nein. Halte, um zu rennen. Ah, stehe. Scheißernst jetzt, oder? Scheißernst jetzt, oder? Was soll das? So. Ah, und dann. Lach doch auf, Alter. Vollidiot. Auflassen, Mann. Okay, nochmal. Welche Tasse ist das? Es? Eh? Ich tue gerade alles auf einmal. Ich habe alles auf einmal gedrückt. Ich weiß nicht, welche Tasse ist. Es tut alles auf einmal und es funktioniert. Gott sei Dank, Alter. Gott sei Dank. Nein, da warst du gerade. Du hast gerade nachgeschaut. Du hast fünfmal hintereinander bei Golden Freddy mal geschaut. Hin und her. Hau ab jetzt. Du kannst das Kind später reinstuffen. Jetzt hau ab, Mann. Alter. Entkomme. Okay. Wo führt mich das hin? Zum Eingang. Ne, wir müssen zum Bällebad. Runter. Rechts. Runter. Rechts. Rechts. Runter. Schaffe ich. Krieg ich hin. Leider meint. Krieg ich nicht hin. Ich bin gerammt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, die ist abgehauen. Okay, na, warte mal. Hat er mich gebrochen? Mein Tod ist im Arsch gekommen. Nein? Ja? Nein? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ich mache wahrscheinlich für eine neue Folge. Also willkommen zurück. Das ist im Irrenhaus hier. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob die Lichter ansieht oder nicht, oder? Ich glaube nicht. Bro. Scheiß drauf. Ich muss jetzt rennen. Ich muss jetzt sagen sie mal durch. Alter. Ernsthaft. Oh, nett. Schon wieder an. Cool. Was? Ich weiß. Ich habe seine Stimme gehört. Halt durch, Papa. Ja, ist ein bisschen müde. Muss ich erstmal ausruhen. Wir haben aber Mike und Chip gerettet. Oswalds Haus. Tag 4. Ab zur Schule. Keine Ahnung, wie ich es durch den Tag schaffen soll. Kaum geschlafen. Nette Katze. Ey. Seht ihr, was ich meine? Zugenagelt. Verflixt und zugenagelt. Wo könnte man noch fliehen im Haus? Das Bild von den drei. Und die Bälle. Und die Bälle. Und die Bälle, Bälle. Im Dachboden könnte man vielleicht fliehen. Oswalds Zimmer haben wir gemacht. Wohnzimmer haben wir gemacht. Keller haben wir gemacht. Ich könnte mir vielleicht im Elternschlafzimmer vorstellen. Den Fluren auf keinen Fall. Es ist immer da gab es ein Fenster. Aber ich glaube nicht, dass man durch kann. Küche auch nicht. Ich würde mich mal im Elternschlafzimmer umschauen. Wenn ich das schaffe. Wenn ich hier durch kann. Kann ich. Ah. Hotels. Hier ist ein Fenster. Aha. Wo könnte ich denn noch entfliehen? Guck mal auf den Dachboden. Das ist doch bestimmt ein Weg. Warum ist das wieder zu? Aufmachen. Das ist doch von natürlichen Tags. Äh. Stiefel. Cool. Da kann man bestimmt draus springen, oder? Da kann man bestimmt rausspringen, oder? Vielleicht. Merken wir uns das. dachboden könnte interessant sein zu fliegen ansonsten muss ich halt versuchen ob man wieder im wohnzimmer fliegen kann aber soweit ich weiß geht das nicht mehr aber es ist schon mal gemacht hat alles was man gemacht hat kann man nicht mehr benutzen zu fliehen hier ist dieses fenster hier vorne aber da kann man auch nicht lang und küche ist unsere mahn auch nicht was heißt das denn naja und nur um es zu zeigen hier rechts was die rechts ist nicht zu was doch vielleicht wird es noch zugemacht vielleicht kann man auch nur so ich bin verwirrt schauen wir einfach gleich mal spiele abend habt ihr gehabt wo ist papa und mama wo sind die wir müssen noch gar nicht zur library das macht mich ein bisschen jetzt im unterricht ok jungs und männer unterricht also los hey schau mal es ist aus voll der waschbär dummes helferlein so mitläufer ich bin überrascht dass er nicht weiter mühlt genau vermutlich riecht es für ihn dort genau wie zu hause das war nicht nett traurbar was ist los no sword du siehst aus ob du gleich kotzen müsstest er wird der ganze million krank gemacht vielleicht verliert er endlich die fassung alter von den bauch auswahl lernt sich zu wehren aber für gewalt ist es nicht so die richtige lösung du oder ein ich muss ja raus ich hab mir den bau geschlagen oder ich weiß nicht wie verstecke die bälle bauten wenn sie niemals suchen ich habe hier vorgespült wieder habt ihr es gesehen ob ich nicht oder der bibliothek vielleicht kann man zur bibliothek ich brauche nicht einmal dort drinnen oh warte mal wer geht das jetzt hey feuerwerksjunge jet möchtest du ihm auch dagegen tauschen klar ich hab's gerne das ist nicht cool genug gehe und finde mir etwas was mehr was Retroflair hat okay vielleicht habe ich es ja schon Freddy Maske oh schön wir haben einen Tausch toll danke also hätte ich die ganze Zeit mit ihm tauschen können oder ist er erst seit heute hier ich glaube der ist doch schon an der letzten Tag bestimmt hier na egal normalen Vergnügen und Schäfte mitzumachen Feuerwerkskörper halten Schule Musik bekommen meine Freunde The Library Look at this voll schön okay Freunde wir haben jetzt finally Feuerwerkskörper bekommen das Ding brennt hell damit werden wir Freddy Fazbear verbrennen hoch springen alter keine Ahnung irgendwie sowas bestimmt Pizzeria Tag 4 war da am Tag gehen wir schon zum Bällebad Jeff Jeff warum ist hier frei ich kann die Sachen hier spielen ja wie gesagt ich mach die noch jetzt nicht aber ich mach sie noch ich kann ja zumindest schon mal freischalten ne äh nicht das nein nein da Stromversorgung ja komm spielen wir mal die neuen Games warum nicht die neuen können wir uns ein bisschen mal anschauen die die ich noch nicht gespielt habe liefere die Pizza aus ich bin die Pizza ach es ist Crossy Road ach geil warum sieht alle aus wie Mario Kleppner geil die Musik ist geil ne ich mag die neue Minigame Musik die sind immer gut in FNAF die Minigame Songs aber man hat noch einen Timer ach gibt es hier mehrere Level ah mehrere Level ey aber die Autos die Kinder Autos die ändern sich nicht oder was was soll denn das die bleiben einfach da die gehen zum nächsten Level über aufpassen die Straße ist voll da sie das meine die Kinder die Hunger haben die Resetten sich aber die Kinder die ihr unterwegs so kriegt hm komm schon Pizza Stück hoppel herum was das Zeug hält du schaffst das du schaffst das du schaffst das ja yeah yeah hast mich tot ups 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 was können wir hier machen Tickerzähler ne Bedienfeld ne Gutscheitprüfer ne Elektronenkanone hm hm so ein Ding also oh oh schieße auf die Weltraumballons ach das ne das haben wir schon mal gespielt oh oh man das ist auch das ist auch das kann man nicht Prices hier Tickerzähler ne Bedienfeld ne Gutscheitprüfer ah oh das ging geht jetzt wenn ich einen Gutschein hätte kann ich hier gegen ein Gewinn einlösen hier geht das jetzt so cool aus wo krieg ich einen Gutschein her kann ich das hier öffnen ja hier kann ja die Tickerzähler hier ah nein nein das noch mal noch irgendwas nein kein Feuerwerkskörper hab uns nichts mehr ne hm andererseits warum gibt der mir die Möglichkeit wenn ich nichts habe ach Tickets ach so sieht so aus als hätte ich genug für einen Preisgutschein 20 Tickets Gutschein aha ein Gutschein für eine Handheld Spielkonsole aus dem Preisautomaten uh das klingt doch vielversprechend ne Konsole da hab ich dabei hier Gutschein sieht aus als hätte ich so ein altes Spielzeug Spieldingsgift bekommen ich kann den Bildschirm kaum sehen wer würde sowas wollen Handheld Spielgerät ist das so ein Tiger Electronic das ist ja ähnlich ne prall mit einer Akkulaufzeit von 30 Minuten mit 6 Batterien handelbar ah hätte ich die Maske vielleicht nicht tauschen dürfen vielleicht das lieber oh mein Gott das bestimmt lieber oder er will vielleicht nochmal vielleicht muss man nochmal von ihm später Böller bekommen keine Ahnung jedenfalls für das letzte Arcade Game Spielhallenlehrling oh hi Jeff hey kleiner mir ist aufgefallen dass du an den alten Maschinen rumgebostet hast das machen wir nichts aus aber Moment das ist ja alle repariert was hast du alles gelernt mein Papa er kann ziemlich gut über Maschinen umgehen als er im Werk gearbeitet als er im Werk gearbeitet hat er alle Maschinen da repariert manchmal hat er mich im Sommer reingeschmuggelt damit ich zurückzugucken konnte wow ich weiß nicht was ich sagen soll ich hab diesen Ort schon eine ganze Weile vernachlässigt vielleicht ist es Zeit dass ich mich auch wieder mehr drum kümmere danke für deine harte Arbeit Oswald hier nimm das doch mal machen sie sich keine Sorgen über das Ablaufdatum sie sich hallo oh wow danke Jeff das ist 75 Cent Rabatt das wäre nächstes was ich für dich gucken konnte was für ein Angebot ein Pizzagutschein ernsthaft mehr bin ich dir nicht wert ah ja wo ist denn das jetzt hab ich es übersehen hab ich es noch nicht bekommen ich bin die Tauanzeigen bin ich blöd vielleicht in der Geldbörse ne keine Ahnung hm hm ok ok das kann man eh nicht benutzen ok schauen wir uns das letzte Game noch an sammle die Hüte was wo bin ich ach ich bin Ballon Boy achso du musst springen und ich darf mich nicht erwischen lassen von den Kanonen verstehe warum springt der so komisch woin boin boiin h verstehe irgendwie aha komm schieß boink und achso, die Tür du gewinnst das war's das war's kein Game, wir werden alle Game-Spiele ja, sorry man, ich werd ja noch nachholen weird absolut weird vermutlich haben sie alle Tickets schon vor Zeitzehnten rausgeholt oh, das kann natürlich sein das kann natürlich sein na, bei Celebat schätze ich da ist es auch schon da bin ich wieder Pizzeria Nacht 4 wir sind so lange jetzt hier drin geblieben was? okay, das heißt wir müssten uns gar nicht mehr rausschleichen das kannst du nicht ernst meinen wie viele Kinder haben sie hier festgehalten? untersuche den Schrei was, hier war ein Schrei? mehr Kinder von wo denn? ich hör keinen Schrei was? oh sie sind immer auch hier unterwegs ja, richtig gut ist alles umgekippt da kommt jemand was? rechts ist Springbody hab ich recht? links ist wahrscheinlich Chica oder so ja, hier ist Springbody Kollege ich suche den Schrei ich hab doch gar keinen Schrei gehört vielleicht muss ich wieder dahin zurück wo Bonnie war das heißt, das ist doch schwer ich geh mir erstmal zum Eingang ich muss mal ein Schrei gewesen sein hä? keine Ahnung keine Ahnung oh Gott, war das knapp ja, hier kommt sie genau dann weißt du ich muss glaube ich wirklich mal so eine Distraction machen und dann schnell abhauen weil ich eh weiß sagen wir mal ich weiß, es sind alle rechts in der Ecke so und ich bin mittig Distraction dann bleiben die da erstmal und ich kann nach links rennen sowas in der Art da kann ich nix umschauen ne, was ist was ich meine? wir sind ja sowieso ein paar Vents, mit denen das klappen müsste keine Ahnung irgendwie sowas okay man wo war jetzt der Schrei? nein komm raus ist okay darfst du es zeigen? der Schrei und die Mona Lisa habt ihr es gesehen, oder? was zum das sind Kinder im Sicherheitsraum da komm ich nicht rein und die Explosion hat funktioniert ein Kind spricht mit dem Mädchen was soll Alter, wo sind vier die Biddy Babs? Ball und Ball? die Biddy Babs? was? sie sind nah was? ich kameras was? prüfe die Kameras der Ehering meines Vaters ist hier drin ich muss ihn zur Mama zurückbringen oh, ein Item das ist ein wichtiges Item 5 von 5 nein, ich bin 4 von 5 Mama und Papa sind seit der Highschool zusammen der Ring hat viel durchgemacht was würde Mama ohne Papa tun? Mama und Papa sind zusammen seit sie Kinder waren sie schauen sich an ihrem Hochzeitstag immer ihr Hochzeitsfotoalbum an ich kann mir nicht vorstellen wie es für Mama wäre Papa plötzlich zu verlieren ja, was das angeht hey, Batterien umspinnt Kameras? nein ein FNAF Spiel mit Kameras? nein alter, nein, oder? okay, schreie die Verbindung ist ja super schlecht ich konnte es nicht sehen gar nichts folge mir wir müssen hier raus nein, ich kann nicht sie sind aber noch da draußen ich muss hier von dir weglocken lenkt die Kreatur ab wer ruft denn an? ich kann nicht vorstellen dass du da sehr früh nach Nacht bleiben würdest also ich glaube du musst nicht über die ganze animatronische Situation bla 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 wenn du wirklich nichts zu tun hast nach dem Arbeit und du willst ein bisschen länger bleiben spiel ein paar Spiele in der Arcade nicht jede Maschine funktioniert aber so, so krass, wir kommen jetzt überall rein die Gitarre komm über hä, auch wenn da rot ist wir sind da reingekommen mein Fatbear ist durchgegangen ich sollte wahrscheinlich nicht mehr auf mich aufmerksam machen das Endos World ist auf dem Weg oh oh hallo keiner da keiner da okay da geht die Kärme nicht da geht die Kärme nicht und da geht die Kärme nicht und da kann ein Jumpscare verhören aber der ist jetzt weg okay ich kann nicht das Geräusch lenkt die Kreatur aber bitte kann ich ja raus mal das Geräusch machen vielleicht was 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 krieg ich denn hier benutzen bitte Spielmarke löst das Rätsel nein nein nicht das Game nein stopp nein das spür ich nicht oh man Münze einwerfen zum Spielen nein das spür ich nicht sorry aber nein das nächste muss ich auch wieder anlernen kann ich hier lang ah ja ja zum Sicherheitsraum zurück okay wenn es sonst nichts ist oh Münze nein wo ist sie hingegangen die Spülle vom Anfang des Games was ist die Hölle was hat die Spülle mit Aufsicht gucken wir mal in die Cams nichts wo geht der hin mit dir in die Küche wo bringt sie sie hin ja in die Küche scheinbar okay sie ist unten rechts irgendwo irgendwie was geht da denn ab ich weiß dass ich da drin ist da bewegt sich nicht das Schloss sieht allerdings verdammt alt aus ich weiß ich kann irgendwas finden um es dann zu brechen ich muss es mich da raus bevor es erfriert ich finde einen Weg den Gefrierschrank zu öffnen oh ja okay wie denn wie soll ich einen Gefrierschrank aufbrechen ja starken Waffe vielleicht sieht verdammt alt aus ich werde ich kann was finden um es zu zerbrechen das darf doch nicht einfrieren wahrscheinlich muss er also hierbleiben oder geht zumindest so ah ja interessant Kollege interessant was mache ich denn jetzt ich habe gar keine Ahnung mach doch hallo ich wusste nicht welche Tasse immer noch nicht immer noch alles gedrückt keine Ahnung keine Ahnung keine Ahnung aha okay ermutigt mich mal nein ernsthaft schon wieder das warte hat er denn meinen Ehring hingesammelt wer hat er was denn ist das dumm wir sind schon wieder man ja hier wird da entführt weißt du was du davor hat mir die alter auftauen warum oder eintauen einfrieren jedenfalls was war das da war halt jemand hab ich das gesehen da war jemand was ist denn für euch ist er hier ja oder ich hab ich das gehört was war das ist es hier noch nicht ja ist hier da musst du außen rumgehen wegen der Katze okay dann check nicht was ich hier bin ich weiß immer was der Knopf ist zum atmen oder nicht ich habe wie helfe ich ihr wie helfe ich ihr wie helfe ich ihr wie helfe ich ihr hier noch ein weißes bild mit denen haben wir wieder umschauen müssen ich mach doch ich hab alles gedrückt was ist es denn sagt mir doch zumindest alles neu machen ist klar die gesagt wann ist da jemand dein ernst das passt rock'n'roll wird von bonnie gepackt wer jetzt hier verdient denn da schon wieder dinge linge linge dinge linge hallo hallo quickfoot do you ever stare at the animatronics so much that everything else also looks like animatronics sometimes i don't even know what i'm looking at mhm is it a thing or is it an animatronic i remember once i was gonna eat this cupcake aha but for a second it looked like it had eyes and a mouth and everything mr cupcake i think i just need to switch up the scenery a bit ah ja dann begin anrufen an what was war das denn jetzt ok ich bin hier weil ich suche bin nach was mir helfen kann kann ich das hier nehmen jetzt kann ich das nehmen ich wollte es vorhin schon nehmen jetzt kann ich es aber nehmen ok damit man es nicht zu früh nimmt schätze ich passen die plage perfekt ein hammer perfekt um etwas zu schlagen schön gerade schwer genug um das eis zu brechen ein icebreaker ein icebreaker dankespiel alter joke alles klar da hab ich rechts lang ist das ok ich will mich da nicht verstecken vielleicht muss ich wieder diese atmung machen sonst kann ich nicht da rein ich muss jetzt nach unten rechts eigentlich geht's schnell weil keiner da ist von oben hab grad zeit hammer oh jetzt geht's los es wird laut los geht's kaputt hab es aber geschafft alter jetzt noch jetzt so geweint die ganze Zeit hallo hat sie es geschafft wir nicht alter hat uns verschwinde wir haben jemand gerettet aber es war nicht unser denn es war ein random ass mädchen das wird immer schlimmer und schlimmer das endet morgen in der nächsten folge oswards haus tag fünf ok oswards schon da der tafel neeeeein hab ich den ganzen tag geschlafen wir laufen die zeit davon keine schule mehr keine abdeckung mehr ich bringe papa heim bisschen komisch wir haben die ganze zeit mama und papa schon seit gestern nicht mehr gesehen wir haben einfach schule verpennt einfach den ganzen tag waren wir in der vergangenheit und jetzt wollen wir das gleiche nochmal machen das gut gehen wird ich weiß das spiel hat mehrere endings ich werde versuchen so viele wie möglich zu machen aber beim nächsten mal ich frage erstmal erholung hiervon alter ich frage erstmal erholung hiervon